Ein Kissen für die Nacht, bedruckt mit vielen Gesichtern und Namen, die gerne zu Türen ins Wohnzimmer kommen. Und ihr wirst sicher staunen, wir alle haben gespart und überreichen wir jetzt einen Scheck der besonderen Art. Jetzt ist der Steffi dran. Und das ist zum Atemanthängen, das große Ding des Gesternes. Das freu ich mich. Das freu ich mich. Das geht doch nochmal. Hier ist das Geld drin. Zum Rückschuss. Das geht überhaupt nicht. Uwe! Das geht, das wird nicht. Das geht, 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 das ist immer schön. Das ist zu viel. Sorry. Er hat sie nicht mal alle. Er fällt im Knall. Aber wir passen, wir passen trotzdem hier auf. Ja. Vielen Dank.